In Ignite wird ein Kontokode zur Klassifizierung des Anrufs verwendet. Kontokodes werden auch als Klassifizierungskodes bezeichnet. Ein Kontokode wird während eines Anrufs eingegeben. Ein Klassifizierungskode wird während der Arbeitszeit nach dem Anruf eingegeben. Ein Arbeitssteimer ist eine Zeitspanne, in der Sie in einem Anrufmetizen eingeben können, bevor Sie in den Ruhezustand zurückkehren, um einen weiteren Anruf entgegenzunehmen. Der Arbeitssteimer ist eine optionale Funktion und muss von einem Systemadministrator aktiviert werden. Um einen Kontokode hinzuzufügen während des Anrufs, klicken Sie auf das Kontokodesymbol. Alle Kontokodes werden auf dem Bildschirm aufgelistet. Klicken Sie auf Konto, um die Liste zu filtern. Sie können nach einem Kontokode suchen. Wählen Sie einen Code aus der Liste. Einen Anruf können mehrere Kotz hinzugefügt werden. Klicken Sie nach Beendigung des Anrufs auf Klassifizierungskode eingeben. Wählen Sie einen Klassifizierungskode. Ein einmal hinzugefügter Code kann nicht mehr geändert werden. Sie können den hinzugefügten Code sehen. Klicken Sie nach Beendigung der Anrufs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017